Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Railherby hofft, dass es euch gefällt. Graz, September 2009. Ein Sonderzug fährt nach Köflach zum Almabtrieb der ein- bis dreijährigen Lipizzaner-Hängste. Der Sonderzug wird gezogen von der dienstältesten Dampflok der Welt, Baujahr 1860. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ankunft in Köflach Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020